David, ist es für Sie ein besonderes Gefühl, nicht nur mit den Bayern, wo Sie es ja gewohnt sind, sondern auch mit der österreichischen Nationalmannschaft, für so lange Zeit Tabellenführer zu sein? Es ist immer schön oben zu stehen und ich denke, dass wir das alle sehr verdient haben, weil wir in den letzten ein, zwei Jahren wirklich sehr hart an uns gearbeitet haben, sehr konzentriert und ein Ziel vor Augen haben. Das zeigen wir, glaube ich, sehr gut in jedem Spiel, dass wir einfach sehr hungrig und ehrgeizig sind und natürlich sind wir da sehr froh, ganz oben zu stehen. Kann man sagen, wo es Ihnen mehr gibt, ganz oben zu stehen? Bei den Bayern oder mit der Nationalmannschaft? Beides sehr, sehr wichtig, weil ich persönlich mit Bayern sehr große Ziele habe, aber auch hier mit der Nationalmannschaft und deshalb ist beides sehr wichtig. Marc, wir haben Sie auch aufgrund der Tatsache, dass es in Australien perfekt läuft, schon vor Tagen eingeladen für diese Sendung. Sie haben gesagt, ich möchte noch warten, wie der Zusage, bis nach dem Spiel gegen Liechtenstein. Haben Sie Angst gehabt oder ein Gefühl gehabt, da könnte doch auch noch was schiefgehen? Das könnte nicht so gut laufen, wie es letztendlich gelaufen ist? Nein, es hat eigentlich damit zu tun gehabt, mit Familienplänen, ob da irgendwas auf uns zurollt. Meine kleine Nichte, ich habe es im Interview gesagt, ist drei Jahre alt geworden. Aber sie ist sowieso ein bisschen kränklich, deswegen haben wir diese Geburtstagsfeier abblasen müssen. So schön ist es, dass wir heute hier sind. Marcel Kolder, nach dem Spiel haben Sie auch gleich gemeint, Sie sind stolz darauf, dass die Spieler in dieser Partie gleich die richtige Einstellung gefunden haben. Ist das in einem Spiel gegen Liechtenstein schwieriger, anders als gegen Russland oder Schweden? Ja klar, weil natürlich auch von aussen, von Journalisten, allgemein denke ich auch von Fans, auch der Eindruck in die steht, Fussballzwerge, Pflichtsieg. Und wenn man dann natürlich als Spieler auch das Gefühl hat, ja man kann ein bisschen weniger tun, dann kann sich das rächen. Und da haben wir, ich glaube auch von Anfang an gleich bei der Zusammenkunft, da haben wir dahin gearbeitet, dass wir das nicht wollen. Und die Spieler haben das perfekt umgesetzt. Also haben Sie ja bei verschiedenen Interviews gehört, das war die Einstellung, die es gebraucht hat gegen diesen Gegner. Sind Sie jetzt mit ein bisschen Abstand, mit einmal schlafen, restlos zufrieden mit diesen 90 Minuten? Ja, es war schon vieles sehr gut. Wir haben jetzt gleich vor dieser Sendung noch die Nachbetrachtung gemacht und es hat richtig Spaß gemacht, das nochmals anzuschauen. Wie aggressiv hier waren die Chancen, die wir herausgespielt haben, die Tore. Es ist auch ein Tor des Monats, wer da für mich dabei. Und das macht dann natürlich sehr viel Spaß und ja, ich glaube auch den Fans gefällt es. David, Sie haben unter anderem in einem Interview gesagt, es gab auch schon Spiele. Da haben Sie in 90 Minuten drei, vier verschiedene Positionen eingenommen und gespielt. Was machen Sie am liebsten? Bitte? Was machen Sie am liebsten auf dem Spielfeld? Welche Position ist es, die Ihnen am meisten freudebereitet am meisten gibt? Das ist kein Geheimnis, dass ich mich im Mittelfeld sehr wohl fühle und da gerne spiele. Aber in erster Linie bin ich am Platz zu Hause und will einfach nur Fußball spielen und der Mannschaft helfen. Mit 22 Jahren haben Sie schon sehr viel erreicht und sehr, sehr viel erlebt, um das Sie wahrscheinlich der durchschnittliche 22-Jährige beneiden würde. Warum beneiden Sie den durchschnittlichen 22-Jährigen? Gibt es da etwas, was Sie nicht machen konnten, was Sie versäumt haben? Ich denke, ich lebe meinen Traum. Ich habe, glaube ich, sehr hart dafür gearbeitet und bin Gott wirklich sehr, sehr dankbar für das, was ich erleben darf. Für die Momente, die ich mitnehmen konnte bis jetzt. Es ist einfach sehr, sehr schön und ich glaube, ich lebe einen Traum von vielen 22-Jährigen. Und in diesem Traum spielt, glaube ich, auch, ist ein anderes Thema, aber auch Frank Ribéry eine wichtige Rolle. Man sieht es auch immer wieder blödeln, Spaß haben. Sind Sie auch mit 22 Jahren noch so, wie man in Österreich sagt, ein Lausbub? Ja, ich denke schon. Ich versuche auch immer, ich selbst zu sein. Und ich bin 22 Jahre alt, bin, glaube ich, noch ein junger Spieler, der noch viel zu lernen hat. Und wie gesagt, ich versuche immer, ich selbst zu sein, ich selbst zu bleiben und da gehört das, glaube ich, alles dazu. Gibt es im Team, gibt es in der Nationalmannschaft jemanden, der sozusagen eine Rolle hat wie Frank Ribéry oder geblödelt wird dann? Es gibt einige Spaßvögel bei uns in der Truppe. Ich denke da zum Beispiel an Martin Harnik, der immer für den Scherz gut ist. Auch teilweise unerwartete Aktionen schiebt. Also die Stimmung generell in der Mannschaft ist überragend, sowohl in der Kabine als auch auf dem Platz. Ich glaube, das spürt man auch und die Leute merken auch, dass wir alle authentisch sind und uns das wirklich abkaufen, dass wir eine Einheit sind. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Teil dieses Erfolgs. War das nicht immer so? War es früher anders? Das war nicht immer so, weil natürlich die Fluktuation eine weitaus höhere, aber früher war es immer so, dass viele Spieler gekommen und gegangen sind. Und mittlerweile sind wir seit fast drei Jahren zusammen. Wir kennen uns in- und auswendig, schätzen einander mit allen unseren positiven und auch negativen Seiten. Und jeder weiß, was er vom anderen erwarten kann. Und ich denke, das ist eine, wie ich schon gesagt habe, eine richtige Einheit geworden. In dieser Einheit gibt es natürlich auch einige, die nicht spielen können. Haben Sie auch ein besonderes Händchen im Umgang mit denen, die möglicherweise unzufrieden sind? Weil eben die tolle Stimmung nach wie vor immer wieder betont wird. Ja, das ist natürlich schon eine Schwierigkeit, dass man nicht allen gerecht werden kann. Und wir versuchen natürlich schon auch dem einen oder anderen dann mit gut zu reden. Und ja, versuchen da vielleicht auch eben in den Testspielen dann mal den einen oder anderen Wechsel zu machen. Es ist aber so, dass wir natürlich auch oder wir jetzt im Trainerteam auch einen Auftrag haben, dass wir zu EM fallen sollen. Und bei mir geht es nicht darum, jetzt irgendwie die besten Freunde aufzustellen, sondern wir versuchen das beste Team, das aktuell hier ist oder die besten Spieler. Jetzt aus unserer Sicht und das kann sich natürlich dann schon auch immer mal wieder variieren. Und das sind natürlich die, die jetzt auch gestern oder die gegen Lichtenstein angefangen haben, die müssen das auch wieder bestätigen. Also wenn sie wieder kommen, wenn sie in den Klubs spielen, dass sie gute Leistungen zeigen. Wenn sie an jedem Nationalteam sind, dann ist natürlich auch wichtig das Training. Dann schauen wir uns das an und dementsprechend müssen wir eine Entscheidung treffen. Ist aber natürlich schwierig. Wenn du erfolgreich bist, ist es sicher einfacher, die ruhig zu schauen. Marco Nautovic ist einer, der dazugehört eben zu diesem Stamm. Gestern haben sich alle sehr gefreut, dass er endlich wieder getroffen hat. In welcher Rolle ist er für Sie wertvoller? Als Storschütze oder als Vorbereiter, Spielgestalter? Nein, ich denke, es ist beides wichtig. Er spielt bei uns meistens auf der Außenbahn. Natürlich auch mit Freiheiten nach innen zu kommen. Und er ist jetzt auch lange diesem Tor hinterher gerannt. Er hat jetzt natürlich auch viel getan für dieses Tor. Es waren jetzt in Lichtenstein drei, vier Abschlüsse vor, wo es noch nicht geklappt hat. Und bei uns ist es wichtig, also nicht nur vorbereitet zu sein, sondern auch Abschlüsse zu tätigen. Und jetzt gegen Lichtenstein waren fünf verschiedene Torschützer. Und das ist sehr gut und so soll es weitergehen. Ist schon zu Ihnen einmal ein Spieler gekommen und hat gesagt, Trainer, ich bin schlecht? Eher, dass er sagt, ich bin vielleicht verletzt und ich kann nicht spielen, aber das glaube ich nicht. Vielleicht mir ist schlecht. Mir ist schlecht, ja. Also möglicherweise eine Übersetzung. Die Spiele wollen ja alle spielen und versuchen das natürlich ein bisschen zu kaschieren. David, es gibt im Moment natürlich auch wieder Aufregung, vor allem mit den deutschen und spanischen Medien. Das Thema ist David Alaba und Real Madrid. Fragezeichen. Haben Sie oder Ihr Vater Kontakt mit den Spaniern? Nein. Haben Sie das Interesse oder die Lust, nach den Bayern eine neue sportliche Herausforderung zu suchen? Wie nach den Bayern? Jetzt, wo Sie bei den Bayern erfolgreich sind, vielleicht einen weiteren Schritt zu machen und bei einem anderen Verein eine Chance zu suchen? Ich glaube, ich habe schon öfter gesagt, dass ich über sowas im Moment keine Gedanken mache. Ich versuche mich auf die Aufgabe bei Bayern zu konzentrieren, die wir jetzt haben. mich von dem ganzen Drumherum jetzt nicht ablenken zu lassen. Und ich habe auch schon immer wieder erwähnt, dass ich mich in München derzeit wirklich sehr wohl fühle und mir über solche Sachen keine Gedanken mache. Haben Sie als Kind oder als Jugendlicher so einen absoluten Traumklub gehabt, wo Sie sich gedacht haben, da möchte ich unbedingt einmal spielen? Ja, als ich ein Kind war, war ich Arsenal-Fan. Ja gut, wir lassen Sie überraschen, was die Zukunft bringt. Marc, für Sie ist die Gegenwart perfekt, kann man fast sagen. Es läuft großartig in Australien. War das eine der besten oder vielleicht sogar die beste Entscheidung in Ihrer Karriere, dort hinzugehen? Ja, so weit will ich es jetzt nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall ein Fakt, dass es mir schon mal schlechter gegangen ist in den letzten Jahren. Ich fühle mich rundum wohl, auf und abseits des Platzes. Das, glaube ich, merkt man auch. Man hat auch, glaube ich, gestern gesehen, dass ich um einiges fitter bin als in den letzten Spielen davor. Und mein Spiel lebt einfach immer von der körperlichen Komponente. Wenn die da ist, dann ist mein Spiel um einiges besser. Und da kann ich auch, finde ich, vielen Mannschaften weiterhelfen. Und ich bin momentan einfach nur glücklich, dass es so gut läuft, dass ich jetzt wieder solche Momente erleben darf. Tore am Fließband, das ist natürlich etwas, wo ein Stürmer sehr viel Kraft daraus schöpft und auch Selbstvertrauen schöpft. 16 Tore, 19 Partien in der E-League? Ja, natürlich. Es ist jetzt keine europäische Top-Liga, das weiß ich auch. Aber ich bin jetzt momentan dort und probiere dort mein Bestes zu geben. Und momentan funktioniert das ganz gut. Waren die zwei Jahre in der Türkei verlorene Jahre? Ja, im Nachhinein waren es natürlich keine schönen Erlebnisse, die ich dort gemacht habe. Es waren auf jeden Fall Erlebnisse, die mich reifen haben lassen als Persönlichkeit. Ich habe das so mitgenommen, habe probiert, das Beste daraus zu machen. Ich hätte natürlich jetzt im Nachhinein darauf verzichten können, aber hinterher ist man immer schlauer. Wollen Sie noch einmal zurück nach Europa? Weil ich könnte mir vorstellen, Sydney in Australien ist doch ein schöner Platz, um dort seine Karriere quasi noch ein paar Jahre fortzusetzen. Ja, ich bin prinzipiell jetzt mal für alles offen. Also mein Vertrag rennt jetzt bis Ende Mai und dann bin ich oder dann wäre ich wieder zu haben. Und meine Telefonnummer ist einigen Leuten bekannt und vielleicht Leute das Telefon. Herr Koller, es gab ein Parallelspiel, ja ein skandalöses Parallelspiel am Freitagabend, Monteneko gegen Russland. Was sagen Sie überhaupt zu dem, was dort vorgefallen ist grundsätzlich? Also ich habe noch nichts gesehen und natürlich auch nur gehört und grundsätzlich ist es natürlich schlecht. Es heißt dann wahrscheinlich auch, dass bei den nächsten Spielen keine Zuschauer mit dabei sind und das hat dann nichts mit Fußball zu tun oder mit Qualifikationsspielen. Wenn Ihr Tormann nach 20 Sekunden von einem Feuerwerkskörper am Hals getroffen würde und das Spiel wird dann unterbrochen, würden Sie nach Unterbrechung noch einmal zulassen, dass Ihr Spiel aufs Feld geht? Nein, das ist natürlich, also ich habe es nicht gesehen und der Schiri ist ja dann verantwortlich, aber das ist auch ein Stadion, das sehr eng ist, dass die Zuschauer direkt am Spielfeldrand sind. Und ja, aber kann man wahrscheinlich auch, wenn die Zuschauer ins Stadion kommen, dass da halt die Kontrollen noch strenger sein müssen, ist auch nicht immer möglich, dass wirklich auch alles kontrollierbar ist. Aber die Spiele zu schützen ist das höchste Gebot und da darf nichts passieren. Hätten Sie Angst in so einer Situation, David, wenn solche Sachen passieren, dass ein Wittspieler direkt neben Ihnen am Feld getroffen wird? Ja, ich glaube schon. Wäre durchaus menschlich natürlich. Ja, ich denke schon. Hat man jetzt auch unter Anführungszeichen ein bisschen ein ungutes Gefühl, ein Österreich muss noch nach Montenegro fahren? Ich meine, aller Wahrscheinlichkeit noch wird es keine Zuschauer im Stadion geben, aber grundsätzlich, wenn solche Dinge passieren, wie sehr beschäftigt man sich damit? Im Moment, glaube ich, beschäftigt sich bei uns noch keiner damit, weil das, glaube ich, bis dahin noch eine längere Zeit ist. Und wir haben davor noch wichtigere Spiele und darauf konzentrieren wir uns, denke ich, auf das nächste Mal. Marc, hat das Selbstbewusstsein in der Nationalmannschaft irgendwie ein neues Niveau erreicht? Denn jetzt kommen diese Aussagen. Wir wollen auch in Russland gewinnen, wir wollen die drei Punkte machen und wir wollen weiter auf Position eins bleiben. Das sind vielleicht Dinge, die man sich auch schon vor einem halben Jahr gedacht hat, aber jetzt spricht man sie auch aus. Ja, aber das ist natürlich immer nur auch bedingt durch die Folge, die wir gefeiert haben. Ich meine, 2014 war ein überragendes Jahr für uns. Wir waren bis auf das Brasilien-Spiel umgeschlagen und nach solchen Leistungen kann man dann auch schon mal sagen, dass man dort hinfahren möchte und drei Punkte berechtigt mitnehmen möchte. Wir trauen uns das nach wie vor zu, dass wir solche Gegner auf jeden Fall auch schlagen können. Und im Laufe dieser letzten drei Jahre ist auch irgendwo ein Reifeprozess von sich hier vonstatten gegangen. Und deswegen können wir diesen Worten auch Taten folgen lassen. Und das haben wir schon oft genug bewiesen. Und deswegen ist vielleicht ja dieses Selbstbewusstsein noch eine Spur größer als die Jahre davor. Reifeprozess ist, glaube ich, ein ideales Stichwort. Ist die österreichische Fußballnationalmannschaft schon 2015 EM-reif? Ja, im Moment sind wir auf dem ersten Tabellenplatz. Da muss man auch bleiben. Und ich denke auch, wenn wir weiter so spielen, also das wird ja auch noch weiter entwickelt, man kriegt noch mehr Selbstvertrauen, dann denke ich schon, dass wir diese Klasse haben. Haben sich die einzelnen Spieler weiterentwickelt oder die Mannschaft als Einheit? Ja, ich denke beides ist notwendig. Es ist natürlich so, wenn jeder beim Klub ist und das sind wieder andere Ideen, aber durch das, dass wir jetzt wirklich drei Jahre zusammen sind, eigentlich immer gleich arbeiten, in der Defensive, in der Offensive, hat sich das manifestiert. Und die Spieler wissen, was wir wollen, haben das jetzt wieder gegen Lichtenstein hervorragend umgesetzt. Und das ist aber auch das Team. Das ist nicht nur der einzelne Spieler. Sie müssen natürlich auch meine Ideen dann mitbekommen. Und das war ja natürlich WM-Quali, Kasachstan, das habe ich jetzt auch immer wieder als Vergleich gebracht. Da waren wir die letzte Viertelstunde, war noch 0-0. Da waren wir extrem hektisch, nervös und sind dann von unserem Spiel weggekommen. Mittlerweile ist es so, okay, wir wissen, du hast 90 Minuten Zeit. Du brauchst keine Hektik, wir müssen einfach unser Spiel weiterspielen. Setzt die Mannschaft jetzt schon 100 Prozent ihrer Ideen um? Ja, also wenn es jetzt schon 100 Prozent wäre, dann müssen wir ja nicht mehr arbeiten. Also es ist natürlich immer wieder wichtig, bei jedem Spiel musst du wieder bei 0 beginnen. Und wir wissen ja auch, die Spieler, die sind manchmal jetzt, haben alle eine sehr gute Form. Das kann vielleicht im Juni, kann das schon beim einen oder anderen vielleicht wieder ein bisschen anders sein. Und da wissen wir schon, wie wir das eigentlich angehen müssen. Marc, würde Sie die erfolgreiche EM-Qualifikation für die Nicht-Berücksichtigung 2008 entschädigen? Nein, also darüber wurde schon viel gesprochen. Es war zu dem Zeitpunkt auch für den Josef Fiekersberger, denke ich, sehr, sehr schwierig, Argumente für mich zu finden. Ich war doch etwas verletzt die Zeit davor und deswegen hat er für sich eine Entscheidung treffen müssen. Es war sicherlich nicht einfach für ihn und es gab ja auch etwas Positives danach. Die Saison danach war ja einer der erfolgreichsten in meiner Karriere und deswegen habe ich auch darin viel Kraft herausziehen können aus diesem Erlebnis. Ich bin daran gewachsen und da besteht keine negative Einstellung mehr zu diesem Thema. Ist es auf jeden Fall so, dass der im Moment zumindest enttäuschende Platz in der EM-Qualifikation, was Bosnien betrifft, nicht die wahre Stärke dieser Mannschaft widerspiegelt? Ja, auf jeden Fall. Sie haben einen schlechten Start gehabt, haben einen letzten Trainerwechsel hinter sich, haben aber eigentlich gute Einzelspieler, die viel individuelle Qualität haben. Und das haben wir gestern gesehen, Tscheco, drei Tore, da sind sie schon sehr gefährlich. Es sind eigentlich jetzt neuneinhalb Wochen Pause bis zum nächsten Quali-Spiel in Russland. Was ist da der Zweck für Sie oder der Sinn dieses Freundschaftsspiel gegen Bosnien? Was haben Sie sich da vorgenommen? Was wollen Sie da? Ja, natürlich auch ein guter Gegner, ein starker Gegner, der auch da, glaube ich, auch unter Top 30 ist. Und das ist ein weiterer Test für uns, um auch da nicht nachzulassen. Russland steht vor der Tür. Auch ein sehr schwieriges Auswärtsspiel dann. Es ist wichtig, dass wir dranbleiben, so wie wir spielen, so wie wir das umsetzen. David, Marcel Koll hat die Weltanglisten-Position der Bosnien angesprochen. 30 noch besser, die Österreicher, die sind fast dran an den Top 20. Könnten sich durchaus auch weiter ins Gespräch bringen bei den Top 20? Ist das eigentlich normal? Österreich so weit vorne? Ja, wenn man sieht, wie hart wir arbeiten, wie ehrgeizig wir sind und wie wir einfach wollen. In jeder einzelnen Trainingseinheit und auch in den Spielen. Das ist natürlich auch unser Ziel, da immer weiter nach vorne zu klettern und ja. Wie regieren die Kollegen in Deutschland auf die Leistungen der Österreicher? Hat sich das Standing irgendwie verändert? Tritt man ihnen mit mehr Respekt gegenüber? Ja, ich glaube, dass sie das bei uns in München auch schon mitbekommen haben, dass wir uns wirklich weiterentwickelt haben, dass wir eine sehr gute Mannschaft haben, mit sehr guten Einzelspielern, aber als Mannschaft noch stärker ist. Und darauf sind wir, glaube ich, sehr stolz und da wollen wir natürlich auch weitermachen. Marc, im vergangenen Herbst war eine ähnliche Situation. Da gab es dann auch ein Freundschaftsspiel gegen Brasilien. Damals sind Sie heimgefahren, wenn man das so sagen darf, nach Australien. Diesmal bleiben Sie hier, um zu spielen. Was ist jetzt anders? Was ist der Unterschied? Ja, damals wurde es einfach so beschlossen in Absprache mit dem ÖFB und meinem Verein, dass ich früher nach Hause reise. Diesmal will Entscheidungen anders aus, was ich auch verstehen kann. Für mich ist es immer ein bisschen schwierig. Ich sitze zwischen den Stühlen und würde gerne für beide Teams spielen. Es ist leider schade, dass die australische Meisterschaft keine Rücksicht auf Länderspieltermine nimmt und einfach weiterspielt. Und so verpasse ich nun mal Spiele. Haben Sie Ihren Teamkollegen beim FC Sydney schon gratuliert? 3 zu 0 Auswärtserfolg in Wellington. Ja, es ging schon die eine oder andere Nachricht raus. Dann sage ich danke vielmals für den Besuch. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich wünsche alles Gute am Dienstag und dann natürlich vor allem auch, wenn es weitergeht in Russland. Danke vielmals.